hey und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von diablo 2 also sind 1,2,3,4,5 eingänge mal minusen ich darf auch mal da mit dem ersten an oder? ja also ob das jetzt prägnanter geworden wäre, weil ich auf 10 geklickt habe also jetzt fahren wir mit dem ersten an, sagst du? jubi dito nice jetzt ist wieder klar die stromleiden oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja oh ja machen die den Schock eigentlich immer wenn sie sterren? nein immer gell nein sie sterren nicht stehen wir schon unten kurz manchmal schaut es so aus, ob sie es selber umbringen mhm 2 6 3 4 4 4 5 und Ich glaube, der Map ist ziemlich gut dabei, wenn es den Schock-Resident gibt. Ich habe einen Schock-Resident. Er wekt uns umdolten. Ja, was ihr da? Ja, das ist ein Problem. Jawohl! Nice. Es wird nicht mehr umdolten. Auf den Flächen haben wir. Einmal den schon wieder. Ich bin wieder mit Level 30. Aufbegrinden. Hey, das ist der Boss ab. Anscheinend. Oder zumindest der Besserer. Da ist er auf der Speed. Ah ja. Ein erfahrener Toter. Der ist schon so lange tot, dass er schon erfahren ist. So, irgendwas muss ich jetzt mal anschauen. Zweihandschaden. Schlachtenstab. Kannst du wieder mal dumm werfen. Ich bin wirklich Stuhl 4 zu 1. Star Schwert. Ah ja. Ist jetzt nicht so Bro. Alles miteinander. wie ist denn das nur noch? Ah ja. Neue. Ah ja. Was ist noch nicht so Podcast? Wie ist denn das? Ja. Kannst du auch alles vorallend haben? Die ganze Lack von Käfer Die uns den ganzen Raum quasi unter Strom setzen, weil Hauptsache, du hast nirgends Licht, außer fuck ich da einmal an der Wand, du sollst einfach das Licht erfinden, weißt du wie man? Da musst du erstmal aufpassen, wenn du die Tür aufmachst, dass du mitten im Kreis stößt. Ich stehe da gerne bei der Tür und du da auch nach der anderen Top-Klopfen, ich schaue da sogar Z-Ambulett-Trop, es ist so witzig, dass in dem Stuhl grün für Z ist, blau für magisch und ich glaube grau ist Du wirst das Sockel drauf passen können? Passt ja gar nicht Es passt wirklich gar nicht Du wirst ja Katarns Siegelring-Amulett Warum hast du Siegelring und das Amulett? Das ist ja eine gute Frage Erholung und Angriff erleitet Blitzschampen Deine Verbindung wurde unterbrochen What? Draußen sind wir Oder so Ja Back in the business Ich bin jetzt in der Stadt kurz anscheinend So ein Reporter Ja Das war mal Siegelring Weiß Seid gegrüßt Einfach Battle.net getrennt worden, zur Sicherheit Reporter Bug Ja Nur weil ich mir da so ein Siegelring anschaue Die müssen nur scheinen 10k habe ich einfach In der Tasche Warum auch immer Ja Ja ich finde Mein Amulett ist okay Aber da ist das Set Amulett Ich nehme das auf jeden Fall Aber Wow Was bringt das Set? Es steht nicht einmal Was das Set bringt Wenn man Er gibt mir einfach noch Amulett Der ist eigentlich fast besser Aber was sagst du zu dem Amulett Das was ich gerade abgequipptet habe Was bringt das Set Effekt? Gar nichts Oder es steht noch nicht da? Hättest du es kriegen sollen? Da ist es Äh auch was man da kriegt Ich glaube es ist auch nicht da Ich lage das einmal Hey wo ist es denn? Was willst du sagen? Nein warte mal Einer verleiht Blitzschirm von 5 Der ist schon ziemlich geil Ja ich will schon Warte ich gebe dir das zurück Wenn du vor Verkauf ich dann Ja Obwohl es wahrscheinlich besser ist Das meins ist wurscht Ich würde den Blitzschirm haben Ich So jetzt sind wir wieder da Bist du in mein Portal rein? Ja Nein Ohi Ja warum Ja warum Die Tanschen schaut fertig aus gell Jetzt sind wir fertig mit dir ja So Ja dann gehen wir raus eh Ich seh den Ausgang nie rot auf rot Oder man es bohrt nach oben ist schneller schneller gell? Ja ja Nice Die Axt da Na ja verkaufen Wie kriegst du denn für so eine Axt? 200 okay Noch was nicht zu wenig So Nummer 1 Gehen wir zu Nummer 2 Genau Fun sexy Jit Hast du da eine Extra Speed Buff Oder warum gibst du so gut Gas? Weiß ich nicht Laufen habe ich gemacht Leute wie das aus normalerweise ist halt Warnerschein Hier Ich spiele noch nicht Wie ist das? Ich spiele auch nicht Der ist einfach Tohvent Schwumm Und meine neue Fähigkeit. Ich hätte einen Buffy erhöht, die Geschwindigkeit, aber ich finde ihn nicht wirklich gut. Ich mache den da jetzt da. Den müssen wir jetzt da vertasten. Einmal mehr. Good job. Easy. Es ist fast, die andere Seite. Und noch mal. Da geht's. What? Okay. Ruft einen magischen Hammer herbei, der Spiralfolge rumübert und gegen den Schaden zufügt. Aktuelle Fähigkeit Stufe 1, Schaden gegen unter bloß 50, Magie schon 12 bis 16. Also das heißt, wenn vier Monster um mir sind, ist er Wurf. Sonst eher nicht. Wenn er mich halt genau an sich getroffen. Damage ist ganz okay. Schaden, das ist sowas. Schaden, das ist sowas. Ich sehe, dass es ein guter Modell ist. Es gibt es ein guter Modell. Es gibt es ein guter Modell. Ich habe immer noch. Ich kann nicht mehr auf den Schaden. Ich kann nicht mehr auf den Schaden. Ich muss dabei einen Hammer. Macht schon das Licht. Es ist recht schwierig einzuschätzen wie viel Damage ich mache. Ohne Damage zu zahlen. Scheiße. Auf der Forst und Stirb. Bist du wieder der Boss ran? Ich stuck damit nicht los. Also. Ja. Ich glaube wie eine Oma hier weil ich eingefahren bin. Guter Brustpanzer. Das sind mehr. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich bin überladen. 103 Verteidigung. Der ist ätherisch aber dafür. 124 Verteidigung. Wow. Der ist sick. Danke. Brauchst du denn? Ich habe den jetzt bei meinem Ding. Ich bin überladen. Mein Pad. 4 bis 8. 7. 4 bis 8. Die Tanschen. Ich bin überladen. Noch ein bisschen fertig clean da hinten oder? Jetzt kann man da in den Stotzer das Ding so verbreitens. Wäre gar nicht gleich gewesen gell. Geht's halt normal, Alter. Geht's halt normal, Alter. Ich bin gestorben. Ja. Im Plan. Ja ich bin gestorben. Wie geht's halt schon. Schau. Soll ich auch los. Ja. Da oben sollte eigentlich ja nichts mehr sein. Aber wahrscheinlich sind wir auch einen großen Omi. So gehen wir immer den richtigen Weg zuerst. Ich hab' den Ball geholfen. Der Hammer. Also, an Epilepsie und vor der Aufstand kriegen wir den Hammer. So, das ist gut. Ja, Dungeon, fertig. Aber schauen wir die Dungeon an. sogar mal eine Wandmaler rein. Sag jetzt nicht, das war schon öfter. Hast du es dumm auf die Wände geschaut? Ja moin. Ach wo mal. Also wenn man ein Ding einschaltet, dann sieht man den Strichtuch irgendwie, wenn man geht hochzart. Nur wenn man zuhetzt und anscheinend. Sag nicht, ich stand in der ganzen Höhle. Ich hab's geboten mit jemanden. Na, oder? Ja ok. Keine Ahnung, ob das kürz ist. Ich hab nichts mehr mehr da. Nummer 3. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Abel 2 gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal.